oida was geht ab leute team bubblet hier heute mit einer ankündigung zu einem neuen dn turnier von uns zwar tbt4 diesmal gesponsert von zombie zocker und seinem shop dem tcg warehouse wie ihr auf dem bild hier sehen könnt wird es am 13 september stattfinden um 12 uhr so wie immer ist ein sonntag 12 uhr sowie jedes unserer turniere bisher und diesmal geht es alles über diese neue seite strife warrior auf der wir halt jetzt alle unsere turniere austragen werden weil das einfach organisatorisch dann leichter ist und da findet zurzeit auch unsere liga turniere statt und zufällig ist heute auch wieder eins könnt ihr mal abchecken falls ihr heute zeit habt ansonsten jeden freitag und zu gewinnen gibt es für die ersten zwei jeweils eine spielmatte zwar die brandneuen tcg warehouse spielmatten die ziemlich cool aussehen also der erste darf zuerst entscheiden wir haben drei motive der erste darf zuerst entscheiden dann der zweite ich blende euch mal die drei motive ein sind echt cool aus und die matten kann man zurzeit auch im tcg warehouse gewinnt da gibt es spezielle winermatt turniere schaut am besten mal auf die facebook seite von denen falls ihr mal dort mitspielen wollt ansonsten gibt es auch noch einen tag davor am samstag im tcg warehouse wieder eine ccg locals zwar das vierte mal dazu gibt es auch ein event link werde ich unten in die beschreibung reinpacken dort könnt ihr auch mal vorbeischauen falls ihr in der nähe wohnt ansonsten wird es am sonntag den 13 september sein fängt um 12 an so wie immer anmeldung über die seite strife war link natürlich und alle infos unten in der beschreibung einfach die seite gehen dann könnt ihr euch für das turnier anmelden und falls es schon voll ist keine angst es gibt auch noch eine warteliste das ist eine coole option die die seite anbietet und dann könnt ihr falls einer von den leuten nicht ein checkt trotzdem mitspielen auch wenn es auch schon voll ist was höchstwahrscheinlich auch passieren wird also einfach anmelden und ansonsten war es eigentlich auch schon wieder alle infos in der beschreibung und dann auf der seite gibt es nicht viel zu erklären die regeln muss ich glaube ich nicht noch mal erklären haben wir jetzt schon oft genug gemacht ansonsten noch mal danke an unseren sponsor und partner zonnie zucker dass er die preise zur verfügung stellt check den auf jeden fall mal ab ein link zu seiner facebook seite und seinem ugi o kart market shop sind natürlich unten in der beschreibung dort gibt es immer die brandneuesten karten so geht es und meldet euch fleißig an viel spaß und viel glück beim turnier das war's von mir wie immer liken subscribe kommentieren und ciao